Je, es gibt was Neues von Oxfam, und zwar die Slim SQ Pro, das Ganze hier wieder im quadratischen Format und das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Hi Leute, Dumpfroke7 hier, heute mit einem Review zur Slim SQ Pro von Oxfam, das Ganze hier im quadratischen Format, im Inneren fest verbaut, Akku mit 1200 mAh, Pots sind hier mit dabei, mit 2 ml Inhalt, wir haben eine maximale Ausgangsleistung von 30 Watt, ja, das Ganze ist auch noch recht hübsch und handlich, ich würde sagen, wir gehen mal runter auf den Tisch, dann schauen wir uns mal an, was da so mitkommt, und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit, also heute wieder dranbleiben, spannend. Okay, first things first, hier haben wir also die Verpackung der Slim SQ Pro von Oxfam, auf der Rückseite sehen wir das, was mitkommt, machen wir das Ganze mal auf, dann finden wir hier im Inneren einmal das Grundgerät selber, dann bekommt ihr noch einen Ansatz-Pod, ein Laniard, ein vormschuldenes USB-Ladekabel und natürlich die Benutzeranleitung. Ja, jeweils kriegen wir es ja nicht, ich drehe das mal für euch, das ist jetzt hier so eine Edition, die so eine Holzüberfläche hat, es gibt die aber auch noch in ganz vielen anderen Farben, müsst ihr mal bei denen auf der Webseite schauen. Kommen wir mal eben zu den Spezifikationen, wir haben hier eine Gesamthöhe von 77, eine Breite von 54 mm und eine Dicke von nur 20,4 mm, das Ganze wiegt 88 Gramm und in die Pots hier passen 2 ml an Liquid rein. Der Chipsatz im Inneren kann bis zu 30 Watt an Ausgangsleistung liefern und wird versorgt von einem Akku mit 1200 mAh, der ist hier fest verbaut. Ihr bekommt hier zwei unterschiedliche Pots mit, die werden hier magnetisch gehalten, der im Auslieferungszustand verbaut hat, hier so eine Schutzfolie, die müsst ihr natürlich hier als erstes entfernen und hier auf der Unterseite ist dann auch immer die Leistung aufgedruckt, der im Auslieferungszustand eingesetzt hat 0,6 Ohm und kann zwischen 20 und 25 Watt betrieben werden und dann bekommt ihr noch einen Ersatz-Pod mit, der hat 0,8 Ohm an Widerstand, da habt ihr also auch im Auslieferungszustand schon mal so ein bisschen Auswahl. Zu befüllen haben wir hier so eine seitliche Lasche, da könnt ihr mit dem Fingernagel drunter gehen und das Ganze hier öffnen, darunter sitzt die Befüllöffnung, da könnt ihr entsprechend einfüllen, die Spitze hier gerade reinsetzen, weil wir sehen, wir haben hier dieses Watteloch, wenn ihr schräg da unten in die Watte reinstechen würdet, dann ist das vielleicht nicht so gut, weil man dann zu viel Nachfluss hat. Zwei Milliliter an Liquid passen hier insgesamt rein, ja und nach dem Befüllung könnt ihr das Ganze hier wieder verschließen. Sollte das eure erste Befüllung sein, dann lasst das Ganze nochmal so 5 bis 10 Minuten stehen, dann seid ihr auch sicher, dass die Watte im Inneren sich komplett mit Liquid versorgt hat. Hier auf der Unterseite haben wir zwei silberne Neodynmagneten, die das Ganze in der Aufnahme halten und das Goldene hier sind dann die Kontakte und durch diese beiden Öffnungen hier, das ist unsere Airflower, kann die Luft dann zur Keuge lachen. Ja und hier auf der Innenseite haben wir dann das Gegenstück zu dem Ganzen, zum einen haben wir hier so einen kleinen Silikonring, der das Ganze nochmal abdichtet, dann haben wir hier zwei goldene gefederte Kontakte und auch hier nochmal zwei Magneten, die das Ganze halten und dann seht ihr hier diese Öffnung, dahinter sitzt unsere Airflow, die kann man auch nochmal einstellen, schauen wir uns gleich an und dann gibt es hier noch so eine kleine Öffnung, dahinter sitzt der Sensor, der dafür sorgt, dass wenn wir am Gerät ziehen, das Ganze auch entsprechend auslöst. Die Airflow dazu finden wir hier auf der Seite, hier haben wir dann wieder so einen kleinen Schieberegler, den können wir verstellen und damit können wir den Zugwiderstand einstellen, so wie es euch beliebt. Dann habt ihr hier noch so ein Öse, da könnt ihr das beigefügte Lanyard dran machen, um euch das Ganze um den Hals zu hängen und dann haben wir hier an der Seite noch den USB-C Anschluss, da könnt ihr das Ganze laden und dann hier noch eine Taste, mit dem können wir Einstellungen vornehmen oder auch feuern. Kommen wir gleich noch zu dem, was der Chipsatz kann. Ja, wir haben hier so ein quadratisches Format hier, eigentlich schon recht schön, sieht auch recht wertig aus von der Oberfläche und dann hier auf der Vorderseite gibt es auch nochmal ein Display dazu, packen wir als erstes mal hier den Pod rein und dann können wir hier mit 5 mal klicken, 1, 2, 3, 4, 5, das Ganze einschalten, sehen wir hier kurz das Oxfad Logo und die Softwareversion und dann haben wir jetzt hier im Display die ganzen Einstellungen für das Gerät. Zum einen sehen wir hier die eingestellte Leistung, das ist aktuell bei 16 Watt eingestellt, darunter sehen wir den eingemessenen Widerstand, ich habe jetzt die 0,8 Ohm Pod Variante verwendet und wenn wir an dem Gerät ziehen, läuft dann da unten auch nochmal ein Timer mit, der uns die gedampfte Zeit anzeigt und wir haben hier einen Puff Counter. Wir sind jetzt aktuell hier in einem Smart Modus, der dafür sorgt auch automatisch, je nachdem welchen Pod wir einlegen, hier die richtige Leistung angezeigt wird und wenn ich jetzt hier 3 mal drauf klicke, 1, 2, 3, dann fängt hier die Einstellung an zu blinken von 5 bis maximal 18 Watt. Und dann mit der 0,8 Ohm Call, wenn ich dann nochmal drücke bei 18, dann sind wir wieder beim niedrigen Wert, also da könnt ihr einmal komplett durchgehen und euch die Leistung hier auch nochmal einstellen. Wenn ich hier auf die Taste drücke, kann ich damit auch feuern und wenn ich hier 1, 2, 3, 4 mal klicke, dann geht wieder das Locking hier an und dann lässt sich über die Taste hier nicht auslösen. Dieses Locking kann ich mit 1, 2, 3, 4 aber auch wieder freigeben und dann kann ich über die Taste hier auch feuern. Also damit könnt ihr die Taste sperren, wenn ihr jetzt nur die Zugautomatik verwenden wollt, was eigentlich recht hilfreich ist. Dann können wir mit 2 mal klicken, 1, 2 hier noch ins Menü reingehen und den Modus wechseln. Wir sind jetzt im Smart Modus gewesen, den könnte ich jetzt da oben auch auswählen, den Power Modus. Dazu wandern wir hier oben auf Power, halten die Taste gedrückt und dann wird das Ganze gesetzt. Und wenn wir wieder den Smart Modus wechseln wollen, einmal kurz klicken, wechseln wir auf Smart, halten die Taste wieder gedrückt und setzen damit dann den Smart Modus. Dann können wir die Farben hier noch einstellen bei Themes, auch hier wieder draufwandern, mit einmal klicken, gedrückt halten und dann sind wir in den unterschiedlichen Themes hier drin. Nehmen wir mal hier das kleine Raumschiff, dann halten wir die Taste wieder gedrückt und dann wird das Ganze gesetzt. Sieht recht hübsch aus, das Display hier hat viele Farben, lässt sich aber auch nicht customizen, sondern man kann halt nur die Themes verwenden, die hier entsprechend mitkommen. Und als letzte Möglichkeit hätten wir hier unten auch noch die Möglichkeit den Puff Counter zurücksetzen, auch da wieder draufwandern, Taste gedrückt halten und dann wird der Puff Counter entsprechend hier gecleared. Ja, haben wir auch nochmal so ein paar Einstellmöglichkeiten, also eigentlich ganz lustig das Ganze. Gut, das wäre es dann auch aus der Detailansicht. Ich würde sagen, wir haben hier unten alles gesehen, dann wechseln wir mal wieder so langsam nach oben und kommen zum Fazit. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ihr habt gesehen, ja, kleines quadratisches knubbeliges Teil das Ganze. Richtig schön abgerundet, hier sind keine Kanten dran oder so. Ich finde, das ist optisch recht hübsch geworden. Ich habe jetzt hier diese Holzoberfläche und dann hier seitlich, das sieht so aus wie so schon ein bisschen älteres Kupfer. Also finde ich recht hübsch das und auch mit Liebe gemacht, weil wir auch hier diese kleinen Animationen oder so haben. Je nachdem, welchen Team wir da auswählen, dann startet hier so eine Rakete, während wir dampfen. Also ganz lustig gemacht. Die Pots hier sind etwas knifflig zu befüllen, weil dieser Silikonpenüppel, der da an der Seite dran ist, der ist halt relativ klein und fummelig. Hat man ihn einmal auf, kann man das Ganze aber ganz gut befüllen. Und rein Deutsch muss man den Pott auch nicht rausnehmen dazu. Je nachdem, wenn er diesen Silikonpenüppel zu der Seite macht, wo man gut dran kommt, kann man den jetzt auch hier im Inneren lassen, aufknibbeln und befüllen das Ganze. Ich habe immer relativ kurze Fingernägel und ohne Hilfsmittel kriege ich den hier nicht auf. Den Zugwiderstand können wir hier sehr schön einstellen. Wenn ich den Schieberegler hier ganz zumache, dann habe ich wirklich ein sehr strenges MTL und mache ich ihn einmal komplett auf. Dann habe ich hier ein Restricted DL vom Zugwiderstand her. Geschmacklich sind die Pots hier sehr stark. Wir haben hier wieder Mesh im Inneren, das heißt, so wie immer, die Süße ist ein bisschen überzeichnet. Wir kriegen alle Nuancen daraus. Und geschmacklich, würde ich sagen, sind die Colts von Oxfair auch auf dem Level von der Landehersteller. Also wirklich herausragend gut. Ich schmecke da aktuell keine großen Unterschiede bei den großen Herstellern. Den glaube ich da jetzt bei Jul oder Co gucke. Da sind die Pots auf jeden Fall sehr geschmackvoll. Was die Langlebigkeit betrifft, bin ich beim Mesh ja sowieso immer so ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Dauer in der Regel, weil die sich nicht so schnell zusetzen. Aber auch da keinen Unterschied zu anderen Herstellern. Was jetzt Kondens betrifft bei dem Gerät hier, ist das eigentlich recht trocken, das Ganze. Klar, wenn wir jetzt nur die Zugautomatik nutzen und immer so ein bisschen Kondens in der Verdampferkammer bleibt, wenn wir aufhören zu ziehen, sammelt sich das natürlich dann irgendwann. Also hier müsst ihr ab und zu mal dann mit dem Tüchlein durchwischen. Der Sensor ist hier so ein bisschen geschützt, weil die Öffnung zudem ein bisschen erhöht ist. Wir haben hier so eine kleine Wanne. Also ich würde nach jedem zweiten, dritten Befüllen, würde ich hier mal reingehen und gucken mit dem Tüchlein oder so, dass ich dann da einmal sauber und trocken mache. Das sorgt auf jeden Fall für Langlebigkeit von dem Gerät. Wir haben hier alle wichtigen Features, die man sich wünschen kann bei einem Chipsatz für so ein POT-System. Das ist eigentlich schon wieder fast zu viel. Wir können die Leistung einstellen, das finde ich ganz gut. Also wir müssen jetzt nicht mit dem POT irgendwie gucken, welche Leistung der POT dann im Zusammenspiel mit einer festen Spannung hat, sondern können da halt einstellen das Ganze. Und wir haben hier einen Smart-Modus automatisch aktiviert, sodass der Nutzer hier auch keine zu hohe Leistung einstellen kann, was natürlich die Coil schützt. Man kann diesen Smart-Modus aber auch ausschalten, wenn man das möchte. Vielleicht kommen ja irgendwann mal neue Coils raus, die hier reinpassen auch, die nicht zu diesem Automatik-Modus, Smart-Modus passen, sodass man da nochmal nachregeln kann. Wir können die Feuertaste hier an der Seite auch sperren, wenn wir nur die Zug-Automatik verwenden wollen. Das finde ich auch immer ganz hilfreich, weil dann kann man das Ding auch sauglos in die Tasche packen und das löst nicht von alleine aus. Und ja, ansonsten macht das Ding, würde ich sagen, das, was es soll. Geladen wird über USB-C, relativ flott das Ganze, 1200 mAh ist schon einiges an Reichweite. Wir haben aber trotzdem hier ein schönes, kleines, kompaktes Gerät, was recht handlich ist. Und hier ist mir jetzt auch wirklich nichts Negatives in dem Sinne aufgefallen. Klar, dieser Schieberegler, der verständlich immer mal ganz gerne, wenn ich jetzt in die Tasche stopfe. Was bei mir jetzt aber dann mehr beim Reinstopfen passiert, als beim Rausziehen von dem Pott. Das heißt, manchmal habe ich den Zugwiderstand dann zu sträck. Und wir haben hier die Löcher in dieser Zugsteuerung, die sind alle gleich groß. Da würde ich mir wünschen, dass man da im letzten Drittel so ein bisschen mehr Feinjustierung hat. Und durch ein anderes Loch größer oder so dann auch einfacher einstellen kann. Gerade wenn man streng Zug mag im unteren Bereich. Ist man hier schon so ein bisschen mit dem Fingernagel mehrfach am Robknibbeln, muss man dann ungefähr auf dem Level ist, was man halt hier haben möchte. Ja, aber passt. Das heißt, wenn ihr das Ganze jetzt mit MTL nutzt, also die Airflow hier relativ zu macht, dann geht halt mit der Leistung ein bisschen runter, dann passt das entsprechend. Und wenn ihr da so restriktet drauf und drauf haben wollt, macht ihr halt die Airflow komplett auf und könnt dann auch mit der Leistung wieder hochgehen, weil natürlich dann auch mehr Luft durch das Ganze fließt. Ja, Lani hat es mit dabei, das heißt, ihr könnt euch auch um den Hals hängen, das trägt nicht besonders auf, sind ja so 80, 90 Gramm, die das Ganze wiegt. Das ist auch auf jeden Fall ein Gerät, was man dann an sich rumbaumeln lassen kann und was auch nicht hässlich ist. So viel heute zur SQ Pro, wenn ihr noch Fragen haben solltet, ich muss nochmal die Rakete zeigen, das ist einfach so cool gemacht, dass wir nochmal in kurz steigen. Dann packt ihr euch das Video, wenn es euch gefallen hat, macht gerne einen Daumen hoch und ansonsten, so wie immer, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen, viel Erfolg beim Umstieg und sage tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Dampfolge. Tschüss. Tschüss.